Hallo und herzlich willkommen zu deinem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Tages-, Wochen- und Monatshoroskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs Gesundheit In den nächsten Wochen wird es wichtig sein, dass du Struktur in deine Gesundheitsgewohnheiten bringst. Richte dein Verhalten von Tag zu Tag neu aus und halte dich an ein Grundprogramm. Zu deinem Programm gehören eine sehr gute Nachtruhe, mindestens acht große Gläser Wasser pro Tag und viel frisches Obst und Gemüse auf deinem Speiseplan. Das ist gar nicht so viel, wenn man bedenkt, wie viel dein Körper für dich tut, ohne sich zu beschweren. Aber wenn sich dein Körper beschwert, solltest du ihn ernst nehmen. Karriere Du wirst heute frustriert und verärgert sein, wenn du bemerkst, dass andere Menschen Anerkennung bekommen, die du deiner Meinung nach verdient hast. Anstatt wütend und eifersüchtig zu werden, solltest du mit deinen Vorgesetzten darüber sprechen, was du tun kannst, um dir diese Belohnungen beim nächsten Mal zu verdienen. Liebe Du kannst heute so ziemlich alles tun, was du willst, aber pass auf, dass du eine bestimmte Person nicht als selbstverständlich ansiehst. Die Konstellation der Planeten könnte dazu führen, dass du dich unbekümmerter fühlst als sonst, und in dem Bemühen, das zu bekommen, was du willst, könntest du vergessen, die andere Person zu fragen, ob sie dasselbe will. Verliere die Bedürfnisse deines, aktuellen oder zukünftigen, Partners nicht aus den Augen und erkenne dann später deinen Fehler, wenn du ihn verlieren könntest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne ein Kommentar. Schaue morgen wieder vorbei, um dein neues Horoskop zu sehen. Bis bald.